Und damit willkommen zurück zu It Takes Two, weil es braucht zwei, deswegen ist die Buggy hier. Ich finde dein Einleitungssatz viel besser. Ja, ja. Ui. Oh Gott, das tut hoch. Man kann die auch umfahren, hier, die Figuren. Oh, okay, alles klar. Brutale Sau. Also zumindestens habe ich das eben so den Eindruck gehabt. Au. Ja, da. Ah, hier mit den Schildkröten kann man auch was machen. Aha, die kann man, guck mal. Gibt es hier eine Mutter oder so? Ja, das ist wirklich, das ist eine Mutter. Eine Mutter? Also eine größere Schildkröte. Ach, hier. Und wenn man alle, alle... Muss man die da hinbringen? Ja, hör auf, hör auf. Ah, ich hab's doch grad versucht. Ich glaub schon. Ach so. Oh, wie süß. Hä, was ist denn jetzt passiert? Das Schildkröten-Ding ist einfach... Einfach abgehauen. Einfach abgehauen. Naja, ich war das nicht. Ich hab definitiv nichts mehr gedrückt und den Weg ist abgehauen. Schnell weg. Boah, okay. Ich glaub hier ist ein Minispiel drin. Dann. Ja, Minispiel gefunden. Oh mein Gott, das ist sowas. Linke Seite. Bringen deine Pucks möglichst nah an die Kante. Links halten Kraft sammeln. Mhm. Ich hab dich rausgekriegt. Wissbare Gedanken. Schau, mein Puck. Okay. Okay. Hat keiner gesehen. Okay. Oh, man kann dich auch noch bewegen. Ach so, wie Eisstockschießen ist das. Puck bei dem... Das ist auf der Vier. Das ist auf der... Das ist echt nicht so leicht. Oh mein Gott. Ach so, man kann das auch gedrückt halten. Ach so. Ja, musst du ja auch. Egal. Ich dachte, das muss man gleich loslassen. Ach so. Ja, gut. Na gut, ne? Seitdem solche Minispiel... Ich find's voll cool, dass es seitdem so eingebaut ist. Besser als das Vier gewinnt. Bei ihr Way Out. Das du immer gewonnen. Ja. So ist das manchmal, ne? Schneller! Ich hoffe, dem wird nicht schlecht. Kannst du dich da reinsetzen eigentlich? Nee, aber reinstellen. Keine Ahnung, mal gucken. Achso, da bist du da draußen. Und jetzt hier. Rückwärts bitte. Oder vorwärts. Achso, jetzt habe ich mich in das andere Ding reingesetzt, warte. Ist hier noch ein Platz frei für mich? Oh, was? Du bist damit erst mal aus dem Leben gepeilt. Ja, das fand ich beabsichtig. Ich hasse es nicht. Haha, geil. Also, das ist... Es fühlt sich nicht so... Flüssig an beim Benutzen als das... Riesenkarussell. So, was ist diese Kuppel dort? Ich habe echt hier ein kleines Aquarium, einfach so. Okay, wo gab es die Süßigkeiten? Wo gab es die Stände? Das sind Recherchegründe. Muss wissen, wie das schmeckt. Schneekannung noch. Er sagt erst mal meine Stimme. Ach, die sonnen sich hier. Ja, wow. Geil. Wie ich mich da hinlege. Na, da geht es weiter, wo du gerade bist. Achso. Wo gab es die Süßigkeiten? Oh, die Schneeäulen sind weg. Ich sehe die gar nicht mehr. Oh. Oh, Schneemann hat er zerstört. Wo gab es die Süßigkeiten? Ah, hier. Hab sie gefunden. Da, wo ich jetzt bin. Alter, was bist du denn für ein Riesenklops? Oh, er passt gerade so durch die Gasse, ey. Ich warte hier auf das Essen mit dir, ne? Ja. Kann auf die Raussprung noch zum Riesenklopfen. Bist du denn gerade noch da? Ja, bist du immer in der Nähe. Ja, genau. Ei. Erstmal alles aufgefuttert. Ich fass es nicht. Schluss jetzt. Sonst kriege ich noch selber Hunger, ey. Weg hier. Ich esse alles auf. Ich muss alles aufessen. Gibt es noch mehr irgendwo? Oh, da vorne. Oh, mein Gott. Lollis. Ja, da ist noch mehr. Oh, mein Gott. Oh, was? Und die der Äpfel und so. Oh, da ist weiße Schokolade. Dort will ich. Ach, nein. Ich liebe weiße Schokolade. Ich bin total voll gefressen. Figuren, ey. Hey, die müssen sich nicht... Oh, Gott, hast du was Neues gefunden. Er ist aufessen. Ah. Eiszapfenwurf. Oh, mein Gott. Triff möglichst viele Ziele. Eiszapfenwerfen. Okay. Das wird ja wieder nix, ne? Naja. Ja, aber du hast nie immer Icicle-Darts gespielt. Seine Prinzipien. Oh. 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 Verdammt. Oh, 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 oh. Oh, trotz so getroffen. Na, komm doch. Durch. Hä? Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, noch schneller, ey. Oh. Ups. Oh. Am Anfang hast du aber echt aufgeholt. Danach habe ich einfach nur Liesl gespammt. Ja. Gut, ne? Dann... ...müsste es, glaube ich, hier gewesen sein. Wow. Wow, was? Mal gucken, was ich noch um die Schildkröte war. Ich glaube, es gibt vier Schildkrötenbabys dann. Ja, vorhin habe ich schon mal... Da genau ist auch eine hinter dir. Ja, aber die kann ich nicht mehr nehmen. Man sollte vielleicht immer die nehmen, die man anzieht, weil das ist leichter als abstoßen. Mal gucken, wo du bist. Unter mir. Ach, wenn wir in der Nähe gehen, dann automatisch dann. Oh. Oh, ne, das war nicht richtig. Wo bist du denn hin? Wir müssen ja auf dem Eis sein, also von daher, ne? Gut. So, mal hier nochmal gucken. Hier nochmal gucken. Ja, ich habe ein Baby für dich. Ah, da ist noch eins. Hier war eins, ne? Genau dahinter, genau das. Nimmst du es mit? Einfach nur zu Mutter hin. Du kannst es ganz halt gedrückt halten. Du ziehst es ja die ganze Zeit an. Ja. Und so, was bringt das jetzt? Ups. No. Standbild. Echt? Hm. Ist auf Tab gerade gegangen. Das Spiel. Das hat man ja manchmal irgendwie. Oh. Weiß nicht. Vielleicht habe ich es auch ausversehen eben angedrückt. Das kann auch sein. Wir sehen es nicht. Ja, wie schön. Die machen Geräusche, ne? Okay. Also, ich habe mehr erwartet, außer, dass es ein bisschen niedlich ist. Und Geräusche macht. Okay. Kann ich alles haben. Snowball-Arena. Oh, ist das auch eine? Ähm. Ja, ist noch einer. Noch ein Minispiel. Oh, das ist hübsch. Zielen wir. Ja, genau. Ja, dann. Machen Sie die Finger bereit. Jo, gucken wir mal, ne? Ich habe es schon wieder irgendwie gar nicht verstanden. Ach, das war ja Scheiß von vorhin. Ja, das wird ja nichts. Das habe ich vorhin schon nicht geschnallt, irgendwie, wie das funktioniert so richtig. Einfach, rechts klicken und auf mich gucken, ne? Zählt automatisch hin. So. Ach, wie viel mehr, weil er so, es war doch nur ein Spiel. Ich habe verloren, es war nur ein Spiel. Aber andersrum, glaube ich, ist es genauso. Bitte? Aber andersrum wäre es, glaube ich, genauso, wenn Cody verlieren würde. Ja, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ah, hier. Wie geht es denn da hin? Ah, okay. Da geht es nirgends rein. Ja, dann glaube ich, können wir weitergehen. Ich habe mir Süßigkeiten vollgefressen. Da sind die Eulen. Ich würde erst mal gerne wissen, wie ich hier hochkomme. So. Oh, nice. Willst du noch mal Sightseeing-Tour mit der Eule machen? Ja, das geht nicht. Da komme ich nicht mehr ran. Lustig. Kann ich schon sterben? Ah. Ja. Oh, jemand macht Schneeengel. Ich liebe das, wie ich hierher mache. Was ist Schneeengel? Oh, cool. Haha, es ist immer so viel Spaß. Geil, der Typ. Der macht guten Schneeengel. Ah, oh, lol. Mach den sogar selber, den Schneeengel. Ja, ist lustig, ne? Vielleicht solltest du es nicht mit einem Typen machen. Vielleicht mag ich es, mit dem Typen zu machen. Ja, dafür gibt es gleich eine Fresse, ne? Vom Kobi, da. Oh, 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 oh. Buh, da hängt der Haussegen ab. Irgendwie ist schief. Ach, ein bisschen Spaß muss sein, ne? Ja. Fliegen ist schön. Ab in die Kubel. Ab zu mir. Das war mein letzter. So, so. Drehen die Schraube raus, okay. Ach, mein, der hochgekommt, dann wäre da noch so eine Kutsche gewesen. Oh. Ach, mein letzter. 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 Ach. Smart as always, mate. Uh, okay. Disco. Disco. Party. Ah, das Klärchen. Well, hey. Wir haben uns selbst eine Party. Awesome. Yeah, this is more like it. Uh, schubsen. Leute und schubsen. Ich hab nur einen Helm auf. Was vereint ich. Lol. Ey, ich möchte gerne was zu trinken. Hallo. Beschissene Ware wird man nicht mehr bedient. Gibt, gibt nur ein... Ein Sternbewerbung auf Google. Ja, ein Sternbewerbung. Ja doch. Speed. Oh. Ja, ne? Ich bin ready. Oh, du hast einen richtig fetten Zylinder. Alles klar. Jetzt nicht mehr. Oh, wo ist der abgeblieben? Ich glaube, du kannst ihn nicht mitnehmen. Oh, schade. Oh, das ist ja geil. Oh, ist ja geil. jetzt geht hoch das ist ja mal nicht geil aber schade, dass man so diesen dauerhaften Geschwindigkeitsboost nicht kriegen kann weil man irgendwie immer so langsam wird und dann sieht das was ich hab was das ist jetzt nicht mehr so nein, das ist eklig haha Mey, gefäls? warum steht bei dir nicht die ganze Zeit abbrechen? keine Ahnung warum das bei dir steht bei mir steht das nicht doch gut alles klar wo kommt das licht her und du hast den spaß links rechts links rechts habe von Woh! Oh! Wie soll es sich auf den Oberst des Mautes aus hier kommen? Oh! Komm schon! Die Lichter werden dir auf den Oberst des Mautes. Einfach folgen. Aber die Lichter nicht auf. Einmal. Hier! Oh! 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 Die Antwort ist... ...Headens! Behind the surface! Ich habe es! Und ich habe es! Oh! 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 Ich auch nicht. Ich hasse kaltes Wasser. Aber auch nicht zu warmes. Oh! 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 Wie das dann hier weiter geht, das werden wir in der nächsten Folge sehen. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls euch der Part gefallen hat, lasst uns einen Like da. Schaut auch unbedingt bei der Buggy vorbei. Natürlich alles in der Videobeschreibung verlinkt. Bis dahin. Chirio! Ciao, ciao! Tschüss! 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 Tschüss!